Campus TV Plus ist heute beim Poetry Slam im Theatersaal. Moment mal. Erstmal sollte man erklären, was Campus TV Plus eigentlich ist. Bevor ein Team von Campus TV Plus auf Dreh geht, braucht es folgende Dinge. Kamera, Mikrofon, Speicherkarte und alles wichtige eingepackt macht sich das Campus TV Plus Team auf, über alltägliches und außergewöhnliches aus dem Leben an der Universität zu berichten. Auf einer Kulturveranstaltung wie dem Poetry Slam wird in Zukunft also häufiger irgendwo jemand mit einer Kamera zu finden sein. Campus TV Plus will natürlich nicht nur tolle Bilder aufnehmen, sondern auch mit den Menschen in Kontakt kommen, Stimmen einfangen und Meinungen zu verschiedenen Themen einholen. Ob drinnen oder draußen, Campus TV Plus ist überall. Ist die Dreharbeit am Campus beendet, geht das Material in den Schnitt und die Postproduktion. Hier entsteht aus vielen Einzelaufnahmen das große oder kleine Ganze. Die wichtigsten Informationen werden in Form eines Offtexts eingesprochen, über die Bilder gelegt und fertig ist das, was Sie gerade sehen und in Zukunft hier noch öfter sehen werden. nya Doppelt Vielen Dank.